Die hierzu erwerbende neuwertige Zwei-Zimmer-Eckeschoss-Wohnung befindet sich im Schwarzwald-Bar-Kreis. Die Immobilie wurde 1997 erbaut und wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über ein Schlafzimmer, ein Badezimmer sowie eine Einbauküche. Die Wohnfläche der Erdgeschoss-Wohnung liegt bei ca. 47 Quadratmetern. Der Kaufpreis der Immobilie beläuft sich auf 78.000 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017